Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und das ist so, dass du die Rette mit dem Mox brauchen. Und das ist halt parkend. Das war elektrisch. Man braucht nur lecker auf das Feuer. Und das war perfekt. Das war ein Parkwerk. Und wenn da das Fahrrad ist, das ist eigentlich der Weg in Amapar. Die Sachen sind über 3. Wenn das nicht endlich ist, dann sagt er schon, die Wanns sind vorher. Und die Wanns sind vorher. Ich werde den hier mal reinsetzen. Das ist hier. Das ist hier. Das kann man nicht machen. Ja. Das ist hier. 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 Das passt nur. was ich auch mache. 胡 left sei. Ah, gibt sein Kapitel. Ja, das ist dabei. Nun kann ich da sein. Ja. Wenn die jetzt ab ist, hast du gestaucht ab oder jetzt? Das ist die Gegend. Dann gibt's die Gegend. Ah, ja. Dann läuft der aber automatisch. Ja, klar. Das ist aber fein am Start. Sind das denn für ein Bremskack? Holz oder die Sattler? Nee, das sind die. Aber heute nicht mehr. Aber der ist damals 360, wo der lebt noch. Weil damit bremmt sich das ja fleißärmer. Aber bremmt sich ja lieber mit der Rampverschiebung. Einfach so. Da ist der. Tag ich drüben. idoe Ja, das ist ja schon schwerlich für uns. Wir haben ja die Füßen wie Beide vor wirken. Du latschst ja wie so ein Weltmeister-User. Ja, da muss ich ja leider auch treten. Ja, da muss ich ja leider auch treten. Ja, da muss ich ja leider auch treten. Sicher. Sören! Das ist das. Du kannst ja leider immer gucken. Ich kann dich ja eigentliche Kucko von der Kamera vergessen. Du musst immer abgeschossen. Mhm. Yanernal führt ja. Kaffee Untertitelung des ZDF, 2020